Hallo Leute, heute gibt es für euch das Niko Rocket Rally Set, gekauft aus dem Norma für 20 Euro und es hat 9 Kugelkopfraketen und dann noch ein paar kleinere. Wir zeigen euch von jeder Rakete einfach ein paar. Es ist für mich eins der besten Raketensets und ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Die rote Burst, äh die grüne Burst. Sehr lauter Knall dafür, dass es ein kleines Turbo-Blau. Lemon Ring. Duppel Ring. Hattet ihr den Doppelring bei sich? Körpel Ring. Aua! So inkompetent. Körpel Ring. So inkompetent. Körpel Ring. 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 Körpel Ring.